Hallo, mein Name ist Martin Bross und ich begrüße euch bei Fine Voices. Heute präsentiere ich einen Roman von Michel Marley mit dem Titel White Christmas. White Christmas wurde komponiert von Irving Berlin und um den geht es natürlich in dieser Geschichte. Also das Ganze ist eine wahre Begebenheit, eine Musikerbiografie, die aber nur als roter Faden dient. Es geht um die 20er und 30er Jahre, eine Phase in seinem Leben, in der er die Frau seines Lebens kennenlernen darf. Ellen Mackey. Ellen Mackey verliebt sich in den Komponisten, der unfassbar sympathisch dargestellt wird. Man verliebt sich fast gleich mit und möchte ihn kennenlernen. Und während der Geschichte erfährt man viel von den Liedern, die er komponiert hat, die man auch irgendwo schon mal gehört hat. Nicht nur White Christmas. Und danach weiß man auch, warum die Texte so sind, wie sie sind. Denn er hat sich von seinem eigenen Leben und seiner Liebe inspirieren lassen. Und das ist am Ende des Romans umso schöner, denn man bekommt Lust, da noch mal reinzuhören. Und jetzt präsentiere ich die ersten zwei Kapitel aus diesem schönen Roman, der eine Liebesgeschichte ist, aber auch eine Musikerbiografie. Michel Marley. White Christmas. Das Lied der Weißen Weihnacht. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Happy Holiday. New York City, Lower East Side, Dezember 1900. Prolog. Dichtes Schneegestöber trieb vom East River über Manhattan Island, angefacht von einem eisigen Wind, der die Eiskristalle wie ein Blasebalk vor sich her trieb. Die Flocken landeten auf den Fenstersimsen der mehrstöckigen Backsteinhäuser, auf den Vordächern und Markisen der Läden und Lokale wie Puderzucker auf Zimtplätzchen. Sie sammelten sich in den Hutkrempen der Passanten und blieben auf den Rücken der Kutschpferde als zarte, weiße Decke liegen. Leider begruben sie auch die Stapel der Zeitungen, die der zwölfjährige Izzy an der Canal Street, Ecke Bowery, zu verkaufen versuchte, wie unter einem nassen Mantel. Und kein Mensch wollte das New York Evening Journal mit feuchten Seiten lesen. Je dichter das Schnee treiben wurde, desto weniger schienen die Abendnachrichten zu interessieren. Obwohl Izzy an einer sonst belebten Kreuzung stand, kehrte eine gewisse vorweihnachtliche Ruhe ein. Die Laternen waren längst aufgeflammt und warfen gelbe Lichtkreise auf die Spuren auf dem Bürgersteig, die zu verwehen begannen. Der Verkehr der Fuhrwerke und Automobile ließ nach. Um diese Zeit füllten sich die Bars, Restaurants, Varietés und Nachtclubs, und der Junge wünschte, mit seiner Tasche in eines der Etablissements gehen und dort die Zeitungen verkaufen zu dürfen. Doch er wusste, dass ihn die Kellner am Schlawittchen packen und hinauswerfen würden, wenn er nur einen Fuß hinter die Eingangstür setzte. Dabei wäre er so gern einer von ihnen. Jedenfalls einer von denen, die Getränke und Mahlzeiten mit einem Lied auf den Lippen servierten. Die singenden Kellner waren die Stars der Gegend. Junge Männer mit einem Haufen Trinkgeld in den Taschen. Die Münzen klimperten sich ja nur so. Izzy hatte bereits erlebt, dass eine laute musikalische Stimme etwas wert war, selbst wenn es sich wie bei ihm um einen schrillen Tenor handelte. An einem verkauften Journal verdiente er einen halben Cent. Aber wenn er einen Schlager intonierte, den er auf der Straße aufgeschnappt hatte, oder die Schlagzeilen in einen Liedtext verwandelte und zu einer Melodie schmetterte, die ihm gerade einfiel, wurden die Käufer spendabel. Dank seinem Talent nahm er meist ein paar Pennys mehr ein. Das hatte ihn auf die Idee gebracht, ein singender Kellner zu werden. Denn Izzy wollte nicht so sehr wie eines Tages ein reicher Mann sein. Oder zumindest das, was er dafür hielt. Wirklich wohlhabende Gentlemen hatte er noch nie gesehen. Die mischten sich nicht unter die hauptsächlich von armen Einwanderern bewohnte Lower East Side. Die Fifth Avenue etwa, die Straße der Millionäre genannt wurde, kannte der Junge nur aus den Meldungen in der Zeitung. Die Upper East Side Manhattans war von seinem Leben so weit entfernt wie der Mond, der sich heute hinter den dichten Wolken verbarg, die so weiß vor dem sich verdunkelnden Himmel schimmerten, wie der Schnee, der auf dem sonst ziemlich schmutzigen Pflaster liegen blieb. Langsam begann die klirrende Winterkälte durch Izzy's Kleidung zu kriechen. Seine Mutter hatte ihn mit einem Mantel aus Walgstoff versorgt, den sie als Hebammenlohn für die Geburtshilfe eines gesunden Zwillingspärchens erhalten hatte. Es war ein guter Mantel. Er war nicht neu, aber von guter Qualität und schützte Izzy in der Regel vor Regen, Wind und Kälte. Dennoch war er nicht dafür gemacht, über mehrere Stunden böiges Schneetreiben abzuhalten. Frieren trat der Junge von einem Bein auf das andere. Feuchtigkeit drang dabei in seinen Schnürstiefel, dort, wo die Sohle ein Loch hatte, das von seinem fürsorglichen Mamele mit Zeitungspapier ausgestopft worden war. Das war inzwischen wohl durchweicht. Er bemerkte eine Gruppe Männer und Frauen, die sich der Straßenkreuzung näherten. Sie hielten sich untergehakt und taumelten ein bisschen, was jedoch vielleicht weniger an dem Alkohol, den sie zu sich genommen haben mochten, als vielmehr daran lag, dass sie versuchten, nicht auszurutschen. Sie schwankten wie Seeleute an Land und wirkten, als wären sie auf dem Weg in ein Lokal. Izzy verkaufte seit seinem achten Lebensjahr Zeitungen und hatte inzwischen einen Blick für die Menschen in der Gegend. Wenn er richtig lag, war der eine oder andere dieser Partygänger für die Neuigkeiten im New York Evening Journal empfänglich. Und statt die Schlagzeilen auszurufen, wäre es bestimmt einnehmender, etwas zu singen. Vor allem, wenn die Pärchen doch schon angetrunken sein sollten. Zum Wetter und der Jahreszeit passte natürlich am besten ein Weihnachtslied. Izzy sang gern christliche Musikstücke. Sein Vater würde ihm allerdings den Hals umdrehen, wenn er es hörte. Moses Berlin war zu Hause in Russland der angesehene Kantor des Städels gewesen. In der Emigration hatte er es jedoch in den vergangenen sieben Jahren nur zum Fleischbeschauer in einer koscheren Schlachterei gebracht. Die frommen Gesänge wurden trotzdem an jedem Freitagabend angestimmt, wenn sich die Eltern mit den sechs Geschwistern zur Sabbatfeier versammelten. Izzy indes hatte Freunde, die aus Irland eingewandert waren, keine Juden wie er, sondern Katholiken. Wenn er die O'Hara-Söhne besuchte, war er stets fasziniert von dem Christbaum, den die Familie in diesen Tagen aufstellte und mit Kerzen und bunten Papiersternen schmückte. Darüber hinaus begeisterten ihn die Weihnachtslieder, die ihm seine Freunde beibrachten. Silent Night, Old Long Sane oder Twelve Days of Christmas. Für diesen Moment passte wohl jedoch eine schmissige Melodie besser. Die gab es auch in dem Repertoire, das er bei den Iren aufgeschnappt hatte. Glücklicherweise besaß er ein gutes Gehör und ein noch besseres Gedächtnis, denn Noten lesen konnte er nicht. Er spitzte den Mund und begann die Verse von Jingle Bells zu pfeifen, bevor er den Text des Refrains schließlich a cappella schmetterte. Obwohl in seinem Elternhaus nach wie vor nur Jiddisch gesprochen wurde, flossen die englischen Worte mühelos über seine Lippen. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Am Ende des Songs klirrten einige Pennys mehr in seiner Tasche und Izzy war überzeugt, dass er eine glorreiche Zukunft als singender Kellner vor sich hatte. Er musste nur noch alt genug werden, um eine Anstellung in einem der Lokale zu finden. Als Bedienung würde er ausgesorgt haben und dabei spielte keine Rolle, dass die Bars und Restaurants in seinem Viertel, dem Bowery, eigentlich nur Spelunken waren. There's no business like show business. Beverly Hills, Dezember 1937. Kapitel 1 Das Schwimmbad des Beverly Hills Hotels befand sich in einem terrassenförmig angelegten Garten hinter einer dichten Mauer aus Orangen- und Zitronenbäumen, Bouganvilien und Hibiskus. Trotz der üppigen Bepflanzung lag der Poolbereich im Sonnenlicht, so dass die wärmenden Strahlen das Wasser erreichten. Die Liegestühle und Sitzgruppen standen jedoch meist unter weißen Sonnenschirmen im Schatten. Die Kellner servierten nicht nur im Trockenen, wo Herren und Damen in Sommerkleidung plauderten, sondern auf Wunsch auch den Herrschaften im Schwimmbecken, die sich trotz des an diesem Tag herrschenden kühlen Winds ins Nasse gewagt hatten. Harmlos wirkende Cocktails, deren Anteil an Gin und Curaçao-Likör für innere Hitze sorgte, oder wie Herbstblätter schimmernde Kreationen auf Whisky- und Wermutbasis, die mit Maraschino-Kirschen und kleinen Sonnenschirmen aus Papier geschmückt waren, wurden in Glasschalen an lachende Lippen geführt. Es wurde viel herumgealbert, die Gäste waren berauscht vom Alkohol, vielleicht aber auch von dem herrlichen goldenen Licht, das diese Stadt für Filmschaffende so anziehend machte, oder sie waren begeistert von der Ferienstimmung, die sich angesichts der Szenerie unweigerlich einstellte. An das bevorstehende Weihnachtsfest erinnerte jedoch nichts. Er mochte dieses oberflächliche Leben nicht. Obwohl er es versucht hatte, war es ihm nie gelungen, in Kalifornien Fuß zu fassen. Mehrmals hatte er sich hier eingerichtet und dann doch alles wieder aufgegeben, um nach Hause, nach New York zurückzukehren. Inzwischen war ihm mit aller Deutlichkeit klar geworden, dass er an der Ostküste Wurzeln geschlagen hatte und sich daran nichts mehr ändern würde. Wie ein Nomade wohnte er deshalb in einem Hotel, wenn er in Hollywood arbeiten musste. Izzy! Er umrundete ein Pärchen in heller Sommergarderobe und trat auf den Tisch zu, an dem der Herr saß, der ihn gerufen hatte. Joseph Skank war fast 60. Nicht besonders attraktiv und auch nicht besonders elegant angezogen. Ein liebenswerter, humorvoller Mensch. Obgleich ein harter Geschäftsmann, der aus jedem Knopfloch seiner legeren Jacke die Macht ausstrahlte, die er in Hollywood besaß. Der einflussreiche Präsident der Filmgesellschaft 20th Century Fox stand auf, um ihm herzlich die Hand zu schütteln. Gut dich zu sehen, Izzy! Du bist der einzige Mensch, dem ich erlaube, mich noch Izzy zu nennen. Und Joe, wir haben uns erst gestern im Studio gesehen. Betrachte es als Reminiscenz an unsere gemeinsame Jugend in der Lower East-Zeit, erwiderte der Tycoon, während er sich in seinen Korbsessel zurückfallen ließ. Der hätte damals gedacht, dass aus dem singenden Zeitungsverkäufer der beste und erfolgreichste Songwriter Amerikas werden würde. Du vergisst Gershwin, Jerome Kern und Cole Porter. Er zuckte mit den Achseln und fügte in einem bescheidenen Ton hinzu, der seine Worte Lügen strafte, aber vielleicht hast du recht. Er war eine einnehmende, mittelgroße Person, zwar immer ein bisschen nervös, aber attraktiv. Sein Haar war auch mit 49 Jahren noch so lackschwarz wie das des hoffnungsfrohen Jungen von einst. Sein olivfarbener Teint und seine dunklen Augen unter den dichten Brauen verliehen ihm eine geheimnisvolle, sinnliche Aura. Am deutlichsten erinnerte aber wohl sein Talent noch an die alten Zeiten, als Joseph Skank sein bester Freund wurde. Vieles war seitdem anders geworden. Seine Kleidung stammte aus der Savile Row in London und nicht mehr aus zweiter Hand. Und sein Name war ein anderer und inzwischen weltberühmt. Aus Israel Izzy Berlin. war Irving Berlin geworden. Und alles Weitere erzählt diese Geschichte vorzüglich bis zum Ende. Viel Spaß damit. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gibt es das Ganze im Download oder als Stream anzuhören. Fine Voices. Große Stimmen lesen.